Yo Leute, hier ist Bauernbrot. Stylish unterwegs, ihr wisst was ich mein. Und zwar geht dieses Video an den Drachenlord. Ich weiß, viele sagen, der Drachenlord und so, das ist ein Bastard und das alles. Ich bin so, ich steh nicht hinter dem, ich hab hier auch nicht so, ich hab ein paar Aussagen gehört so. Und hinter dem steh nicht, die er sagt. Aber jetzt mal kurz Sachen beiseite. Also mich interessiert einfach der Mensch dahinter auch. Deswegen möchte ich, Drachenlord, wenn du das siehst, ich möchte mit dir ein Interview drehen. Ich möchte mit dem Drachenlord ein Interview drehen. Oder mit Rainer, je nachdem, wer das Video sieht. Weil mich interessiert die Geschichte von solchen Leuten, wisst ihr? Ja, und was die Hater da alles macht, damit auch den Grab des Toten fassen, das ist ekelhaft sowas. Das ist abscheulich, diese Scheiße. Aber ja, es soll einfach nur, ich find, der kriegt schon immer auf die Fresse, überall. Und da kann man mal mit einem kleinen, netten Gist kommen und wenigstens ein Interview mit dem machen. Und auch mal seine Geschichte hören. Dass der auch mal eine Chance kriegt, seine Geschichte zu erzählen. Weil ich mein, wir kennen nur den Typen hinter YouTube, aber wir wissen fast nicht so seine Geschichte, auch wenn er viel Preis gegeben hat. Aber mich interessiert einfach der Mensch dahinter. Also Leute, das war's. Vielleicht kriegt das Herrn irgendwie den Drachenlord zu kontaktieren, ich war sehr dankbar. Oder wenn der Drachenlord selber sieht, schreibt mir auf Instagram, das ist in meinem Linktree drin in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe wirklich, das Interview kommt zustande. Ciao Leute und genießt die Sonne draußen.